meine leute sehr plünen hier heute geht es mal darum dass ich nicht verstehen kann warum jeder irgendwie darüber bitch was für ein fucking social media man benutzt so leute die twitter benutzen bitchen auf instagram und co leute die instagram benutzen sagen dass twitter die absolute höllenplattform ist also ich kann jetzt nicht komplett diese aussage von einer war jeder bitch einfach nur gegeneinander so entweder du bist auf der einen seite oder du bist auf der anderen seite so jede social media hasst sich so twitter ist instagram instagram ist twitter reddit hast jeden tik tok ist irgendwie das kleine behinderte kind in der ecke so was zum fick warum bitch man darüber was leute für social media benutzen so es ist im grunde alles einfach ziemlich sinnlos wo zum fick kommt diese befriedigung her zu sagen ha ich bin besser weil ich social media xy benutze nicht wie du bastard weil du benutzt social media z so what the fuck wo zur hölle kommt diese dieses oft geilen darüber her was für social media man benutzt so es ist halt nicht mal dieses wertvoller als das andere was einige leute zum beispiel klamotten haben so social media accounts sind fucking kostenlos so ob du jetzt berühmt dadurch geworden bist dass du auf twitter irgendwelche scheiße post oder dass du auf brinder dumm bist so junge du bist dadurch nicht mehr oder weniger wert und du machst dadurch auch definitiv nicht mehr oder weniger geld oder das ist deswegen nicht mehr oder weniger wer fucking wert dieser fame oder was auch immer ihr habt so ich verstehe nicht warum zum hölle bitch steht er darüber ich bin besser weil ich habe social media xy so ich verstehe es nicht naja ist auch eigentlich drecks egal danke fürs zuhören denkt dran bleibt toxisch der abonniert mich deshalb nicht entweder mit die verfickte glocke und jetzt